Gut, ja, zurück hier bei diesem Rätsel. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das lösen soll. Ich habe ja schon ein klein bisschen offline weitergemacht, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Das ist wirklich komisch. Also bis dahin kriegen wir es hin. Aber dann war es das auch schon wieder. Ja, ja, genau, das habe ich mir schon fast gedacht, aber... Das ist irgendwie... Irgendwie sehr strange. Naja, auf in die Krypte. Krypta. Krypte, Krypte, Krypta. So, was haben wir denn hier? Tja, es fehlt nur noch ein Feuerzeug oder Streichhölzer. Tja, es fehlt nur noch ein Feuerzeug oder Streichhölzer. Okay, der Stock ist kaputt. Jetzt ist er wieder heile. Ein Gehstock. Okay. Tja, aber wofür? Stück eines Bild. Fresko Bild. Fresko Painting. Hm. Hatten wir denn überhaupt irgendwo ein Gemälde? Mit dem Gehstock können wir vielleicht jetzt hier... Ah, na endlich. Ja, dann fahren wir durch die Wand. Meine Güte. So, und von der Straße aus geht es direkt in die Kirche. Das haben wir ja schon. Noch ein Stück vom Gemälde. Da fehlt mal wieder ein Teil. Ah ja, hier. Hier haben wir das Gemälde. Eine Kerze. Damit könnten wir eventuell das Schießpulver anzünden. Das ist das. Okay. Aber schicke Kirche. Ja. Kann man sehen lassen. So, gut. Okay, dann dackeln wir einmal nach ganz hinten. Noch ein Stück zurück. So. In die Krypta rein. Und jetzt... ...macht's einmal bumm. Na, wie kommt der Schlüssel wohl dahin? Also, das... ...ist echt... ...gekonnt. So. Und da ist jetzt das Bild drin. Wetten? Das war so klar. Mehr nicht? Ach hei, ach hei. Für ein Puzzleteil hier, für ein Bildteil so einen Aufwand. Okay, wahrscheinlich müssten wir hier mal die Farben alle... Ah ne, hier muss Blau rein, da Weiß, da Grün. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, das kann ja was werden, mein lieber Scholli, ey. Oh god, oh god. Oh god. Aber wie soll das gehen? Wir haben hier jetzt noch zwei Grüne, wenn die da hinkommen. Okay, vielleicht ist das egal. Ich probier's mal aus. Vielleicht sind die Weißen nicht ganz so wichtig. Das kann ja sein, man... Ich probier's einfach mal. Mal gucken. So, da kommt hier Rot hin. Und hier muss Gelb hin. Alles klar. Äh, lass mal gucken. Okay. Okay, das müssen wir tauschen. So, und Rosa muss da hin. Das seh ich jetzt erst. Verdammt. So. Haha. Okay, jetzt müssen wir den Lilanen darunter kriegen. Das heißt, Rot muss jetzt nach oben. Das heißt, Rot muss jetzt nach oben. Scheibenkleister. Okay, cool. Okay, cool. Aber wo geht's denn hier hin? Keine Ahnung. Aha. Ein Minispiel. Ein Hut. Gut, okay. Eine Blume. Da haben wir die Krone. Eine Münze. Ein Globus. Ein Regenschirm. Goblet. Ein Goblet. Was ist ein Goblet? Hier haben wir noch eine Maske. Wo haben wir eine Maske? Hm. Einen Hammer haben wir hier. Da haben wir die Münzen. So. Ja, müssen wir mal gucken hier, ne? Dari dürfte das Tagebuch sein. Jawohl. Eine Trompete. Eine Trompete hier. Einen Kerzenständer. Einen Kerzenständer. Okay, das war die Maske. Goblet. Was ist ein Goblet? Das war ein Kelch. Okay. So, Blumen. Wie wär's mit ein paar Samenkörner? Oder haben wir hier die Gießkanne? Da oben. Sehr schön. Okay, haben wir das auch fertig? Wir waren. Das war die Maske. Und das war die Maske. Das war die Maske. Wir haben keine Hilfe von diesem Schaden. Aber einen Tag. Wir waren besitzt von einem Schwern. Dämpfer zu haben. Er hat eine Maske für die Maske. Nach dem Gebetenstädten. Der Gebetenstädte. Die Maske ist zuezogen. Aber der Herr lernt den Schaden. Der Schaden. Der Schaden. Er ist unser Schaden. Er war eigentlich ein Vampire. Und das Maske war seine Maske. Na, was für eine Überraschung. Oh, hi! Hey, lol. Eine komische Kreatur nach dem anderen. Sehr interessant. Tja, da fangen wir doch mal an hier. Hier haben wir einen Pinsel. Nägel kommen wir nicht dran. Was haben wir hier? Einen Stift. Ein Fisch. Tja, wo können wir denn die Sachen hier... Ah, hier, alles klar. Einen ganzen Fisch brauchen wir. Da fehlt noch ein kleines Stückchen. Ein Stück Apfel. Unlock Padlock. Ich denke mal hier ein offenes Schloss. Ein Kuchen. Eine Orange. Wieder eine Krone. Pumpkin ist, glaube ich, Kürbis. Spielzeugzug. Eine Karotte. Lippenstift. Und eine Handglocke. Okay, wir bekommen den Kürbis. So, was können wir noch Schönes hier machen? Okay, vielleicht können wir das nachher mal aufbrechen hier. An den Eimer kommen wir nicht dran. Oh, aua. Arme Fledermaus, ey. Können wir die verscheuchen? Ne. Alles klar. Oh, wir basteln jetzt eine Vogelscheuche. Cool. Interessant. Ja, können wir euch mit dem Stock hier verscheuchen um... Nein, geht auch nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal hier links lang. Und schauen uns an, was es hier so Schönes gibt. Da kommen wir auf jeden Fall dran. Oh ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall den Eimer. Das können wir so nicht machen. So, ein Handschuh. Hier fehlt ein Emblem, das wir noch nicht haben. So, das Seil müssen wir irgendwie durchschneiden. Wahrscheinlich schwimmen wir dann irgendwo anders hin. Hmm. Tja. Okay. Ist alles dasselbe. Okay, das ist auch gut. Da kommen wir da schon mal dran. Können wir den Pinsel in die Farbe tunken? Können wir. Sehr schön. Ah, wahrscheinlich brauchen wir die Vogelscheuche, damit die Vögel hier wegkommen. Also die Raben. So. So. Alles klar, das Wasser ist weg. Es hört sich voll glitschig an. In Ordnung, das Boot ist repariert, aber wir kommen anscheinend noch nicht weg. Tja. Tja. Tja, so kaputt machen können wir die auch nicht. Tipp noch das�pe. Es wäre nicht. Die Handschuhe. Die Handschuhe sind auf jeden Fall nicht dafür. Also, irgendetwas übersehe ich noch. Okay, Zucker. Wofür brauchen wir Zucker? Zucker. Ich glaube nicht, dass sie sich mit Zucker ablenken lassen. Nein, leider nicht. Ja, und hier? Ein bisschen seltsam. Tja, was können wir denn hier machen noch? Hm. Hm. Okay, irgendetwas übersehe ich. Tja, hier fehlt auf jeden Fall eine Zange oder sowas, damit wir die Nägel daraus bekommen. Ah, na endlich. Etwas zum Schneiden bzw. Durchtrennen des Seils. Ja, dann, lass uns mal rüber. Hm, okay. Hier fehlt ein Stein. Ganz eindeutig. Oh, wir haben die Glasscherbe noch. Oh. Funktioniert nicht. Alles klar. Zucker vielleicht? Nein? Okay, kein Zucker. Ja, Key. Das ist jetzt der Key für... Oh, da sind so viele Kratzspuren an der Tür. Ich will nicht wissen, was da sich drinnen versteckt hat. So, das ist der Schlüssel hierfür. Ah, ja. Ah, ja. Interessantes Minispiel war das. Oh. Du schon wieder. Hi. Okay, ach du Scheiße. Ja, das ist doch... Oh, Junge, das sieht aus. Total brutal, ey. Tja, da kommen wir noch nicht dran. Das ist wahrscheinlich für die Vogelscheuche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Zwischen die Felsen kommen wir nicht. Ja, es ist hinter was... Also hinter der Mauer ist was. Aber... Ähm... Ich habe halt nichts, um die Mauer kaputt zu machen. Das ist das Problem. Ich ziehe der Vogelscheuche mal eben hier das Hemd an. Kann ich dir ein Gesicht reinkratzen? Oh, das sieht doch geil aus, oder? Ich finde das genial. Na? Okay, vielleicht nur die Kerze. Sehr schön. Es hat geklappt. Oh, total cool. Ah, herrlich. Okay. Hier haben wir eine Leiter, die wir nicht mitnehmen können. Die müssen wir wahrscheinlich erst mal reparieren. Na klar. Eine weitere verschlossene Kiste. Das ist dieselbe Leiter, okay. Oh, es geht direkt rein. Oh, ein Morgenstern. Und eine Armbrust. Dafür brauchen wir sehr wahrscheinlich erst mal den Pfeil, der da an der Fledermaus im Baum steckt. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Okay, was haben wir denn jetzt gekriegt? Die Zange. Ähm... Genau, hier war das mit den... Was? Ach, das ist eine Gartenschere. Hoppala. Okay, ähm... Wir hatten doch... Ich glaube hier hinten, ne? Ja. Was? Was? Dafür ist der Zucker wahrscheinlich. Aha. Was haben wir da gekriegt? Eine Avel. Avel, 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 Avel. Keine Ahnung, was das sein soll. Kommen wir damit durch die Wand? Nein. Kommen wir damit durch die Wand? Ja. Okay. Okay. Das war jetzt... Wozu? Ah ja. Okay. Ein Teddybär, den haben wir direkt. Ein Set Schlüssel. Ein Schlüssel. Zwei Schlüssel. Drei Schlüssel. Vier Schlüssel. Und... Da fehlen noch zwei. Da haben wir noch einen. Ähm... Ja. Ein Schlüssel noch. Da ist er. So. Okay. Ein Teapot. Ein Handdrill. Das dürfte ein Schraubenzieher oder sowas sein. Was sieht denn hier aus? Ja. Eine Puppe. Eine Schlange. Jolly Roger. Das ist auf jeden Fall ein Schiff. Denke ich. Also die Jolly Roger, das... Hatte ich erst letztens noch hier... Gesehen bei Once Upon a Time. Da war der Blackbeard abwechselnd mit Hook. Der Captain hier. Aber die Jolly Roger, das ist die Flagge. Klage. Wo können wir denn hier mal ein Schiff aufdecken? Das war das Magnet. Thermometer haben wir auch direkt. Tja, irgendwie... Okay, ein aufgepumpter Ball. Eine Maske. Ein Pferd. Es fehlt also die Jolly Roger. Das ist die Jolly Roger. Eine Piratenflagge, Leute. Das ist doch nicht die Jolly Roger. Mann. Okay, wir haben eine Gartenschere. Und wir haben einen... Keine Ahnung was. Hier ist nichts mehr zu tun. Tja, dafür brauchen wir die Leiter. Die können wir aber, glaube ich, so nicht reparieren, oder? Oh, okay, gut. Das ist dafür. Ob wir mit den Magneten die... Das ist jetzt zwar ziemlich doof, wenn das klappt, aber... Okay. Gut. Gut. Okay, das klappt also nicht. Okay. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier brauchen wir die Schlösser. Die Schlüssel, nicht die Schlösser. Hm. Okay. Tja. Wo können wir denn die Gartenschere noch anwenden? Und ich meine... Ne. Ah. Die will nur rauf. Ich gehe da drüben nochmal hier... Oh. Okay. Da komme ich nicht mehr rein. Das heißt, wir sind hier komplett fertig. Dann brauchen wir hier auch nicht mehr hin. Weil hier ist sowieso alles erledigt. Also, linke Seite ist abgehakt. Zurück kommen wir nicht. Das heißt, es bleibt hier... ...nur der Magnet... Mit den drei Sachen geht hier auch nichts. Hm. 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 Ja, ein paar Nägel. Ich weiß. Die hätte ich auch ganz gern. Und die Kiste sagt man hier, die ist nicht einfach zu öffnen. Okay. Tja. Ja. Komisch. Hm. 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 Ah, und jetzt mit dem Magneten unter die Tür durch, alles klar. Ha, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow, oh mein Gott, das Vieh sieht richtig böse aus. Da kann ich noch nicht mal mehr sagen, Predator-like, das ist ziemlich krass. So, wir haben hier schon mal drei Ampullen von... Keine Ahnung, irgendetwas... Streichhölzer, wow. Okay, Viereck, Kreis, Dreieck. Also genau diese Reihenfolge, dann ergibt es diese komische Säure. Können wir die da reinschütten? Oh, okay. Hier fehlt ein Teil, okay. Sollen wir das jetzt auf das Vieh draufschmeißen? Okay, funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Gut, wir haben eine ätzende Flüssigkeit. Hm. Vielleicht hierfür? Die ist nämlich schwer zu öffnen. Aha. Cool. Boah, direkt muss nur so ein ganzes Loch rein, ey. Heftig. Okay. 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 Okay, wir brauchen also Pfeile mit Silberpfeilspitzen, weil nur Silber kann ihn töten. Okay, den Hammer haben wir schon mal. Es fehlt also noch, es fehlen nur noch die Nägel. Ha, und das wird wahrscheinlich ein Minispiel sein, was ich nicht mag. Ich denke mal, oder kann ich das einfach nur so hin und her klicken? Mal gucken. Ha? Bitte was? Ach du meine Güte, was soll denn das sein? Wir gucken mal. Also wir machen das mal. Eh? Hallo? Komisch, von unten nach oben geht es, aber... Oh, das ist ja ätzend. Ich mache das dann mal schnell fertig und ich würde sagen, dann nutze ich das auch mal gleich als kleine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich.